Ewig Wurm, ewig Feuer und ewig Verdammnis. Die Bibel, der Prophet Jesaja, droht jedem, der Gottes Wort nicht folgt, mit den Qualen der Hölle. Das zeigt Wirkung bis heute. Nicht nur in Amerika, auch hierzulande wächst die Zahl bibeltreuer Christen. Das Wort der Bibel gilt ihnen. Wort für Wort, als einziges Fundament, das die Menschheit vor dem Feuer der Verdammnis errettet. Selbst im bekennend weltlichen Tatort sieht sich der Stuttgarter Kommissar Bienzle in den Fängen eines Frömmlers. Herr Winkle, haben Sie die Broschüre gelesen, die ich Ihnen da in der Briefkaste gesteckt habe? Gut, mein Leid. Ja, das sollte Sie aber. Um was geht es denn überhaupt? Um eine Erleuchtung. Um Ihre, um unser aller Erleuchtung. Oh, Philipp, sag ich ja von Biber. Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Wenn der Mensch nichts glaubt, ist auch nichts wert. Aber was ich glaubte, das möchte ich sogar selber entscheiden. Da müssen Sie gar nichts entscheiden. Sie müssen nur auf das Wort Gottes vertrauen. Wir bleiben im Ländle. Der Blautopf, schon von Pfarrer Eduard Mörike bedichtet. Die geheimnisumwobene, ewig blaue Quelle gab der kleinen Klosterstadt Blaubeuren den Namen, die bis heute eine Hochburg des schwäbischen Protestantismus ist. Viel gediegenes Fachwerk. Hier scheint die Welt noch in Ordnung. Jedenfalls ein wenig lauschiger als anderswo. In den Hessenhöfen am Rande des Städtchens aber ist Schluss mit lustig. Hier residiert der christliche Verein Das Leben. Jeden Sonntag hält man Gottesdienst. Die Frauen haben ihr Haupt mit einem Kopftuch zu bedecken. Christliche Zwangsverschleierung. Die Männer recken die Hände zum Himmel. Über 500 Mitglieder zählt der Verein, der Teil einer europaweit verzweigten christlichen Sekte mit Stammsitz in Norwegen ist. Ihm zu folgen, der keine Sünde getan hat, in wessen Mund kein Betrug gefunden wurde. Und die Herrlichkeit Jesu Christi offenbaren, mitten in dieser Welt. Unsere Aufgabe hier, dass es Fleisch wird, nie nachgeben den Lüsten und Begürten, nie niedergedrückt zu werden. Nein, es ist hoffnungsvoll, dieses Leben zu leben. Dafür bin ich dankbar. Die evangelische Amtskirche verachten sie ob deren Laschheit. Darum haben sie sich, ausschließlich mit Spenden, ein eigenes Gotteshaus gebaut. Eine Trutzburg gegen Sünde und Satan. Ich bin sehr dankbar, dass ich über Satan herrschen kann, sodass ich ihn unter meinen Füßen zertreten kann. Das ist mein Ganzes so lang, sodass ich wirklich Sieg haben kann und dass ich vollkommen sein kann. Das ist mein Ganzes so lang, dass ich daran halten kann. Ich bin sehr dankbar, dass ich es mir gehört habe. Und wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Und das täglich, das ist mir heute wirklich ins Herz gefallen. Es geht ja nicht nur darum, dass ich mein Kreuz auf mich nehme, wenn es mir so passt, sondern dass ich es wirklich täglich auf mich nehme. Und das ist mein Ganzes von Lange, sodass ich es in jeder Situation bewahren kann und mache es, sodass ich wirklich zu meinem Ziel komme. In der Kindergruppe werden die Kleinsten auf ihre spätere Vereinsmitgliedschaft vorbereitet. Und auf eine, sagen wir es gelinde, sehr spezielle Moral. Der Begriff Hurei wird sonst nicht mehr verwendet. Eine Hure ist jemand oder eine Frau gewesen, die mindestens einen zweiten Mann hatte. Also eine Hure ist, wer mit zwei Männern in seinem Leben geschlafen hat? Ja. Ja, in der Bibel steht ja, dass man sein Ehebett unbefleckt halten soll. Und so wollen wir auch lernen, wir wollen nur einen Ehepartner haben. Und wenn man sich hier umguckt, dann sieht man auch, dass jeder nur einen Ehepartner hat und das noch nie in zweiter Kette hat oder so. Also in der Bibel steht ja, dass man das nicht machen soll. Und dann das heilt ich mich auch. Die Ehe, die soll ja rein und heilig gehalten werden und dann stehe ich auch da voll dahinter. Also Sexualität erst in der Ehe? Ja, stehe ich auch da hin. Nach dem Gottesdienst wird gemeinsam Sport getrieben. Diese Welt ohne Sünde ist ein hermetisches Gebilde. Ehen werden bevorzugt innerhalb des frommen und sehr begüterten Vereins geschlossen. Die christliche Familie. Ein fundamentales Bollwerk gegen die säkulare Welt. Der Fundamentalismus ist besonders kritisch gegenüber der Abtreibung. Er ist besonders kritisch gegenüber Scheidung. Er ist besonders kritisch gegenüber bestimmten sexuellen Orientierungen, wie vor allen Dingen der Homosexualität. Und er ist in einer Weise frauendiskriminierend, dass eigentlich in allen fundamentalistischen Strömungen wir von einer patriarchalischen Religionsstruktur ausgehen können. Der Mann ist der Frau übergeordnet, heißt es in den Vereinsstatuten unter Berufung auf Paulus. Und weiter. Die Frauen sollen ein Zeichen dieser Unterordnung an sich tragen, wenn sie ihr Haupts bedecken. Das Unterweisen obliegt den Männern, weil wir uns an Pauli Wort halten, dass er den Frauen nicht gestattet, die Männer zu unterweisen. So wird das Wort der Apostel, der Propheten und Jünger zu einer Botschaft, die ausgrenzt. Der Gott der Hardliner vom Blautopf droht, zürnt und bestraft. Die Bibel ein Verhaltenskodex, um Angst zu machen. Meiner Meinung nach ist Fundamentalismus immer auch eine Reaktion auf Ängste, eine Reaktion auf Verunsicherung. Und dann sucht man das Fundament und dann sagt man nicht etwa, ja, wir müssen wieder mehr Vertrauen zu Gott haben oder wir müssen den Geist Christi wiederbeleben oder suchen. Sondern man sagt, die Schrift, jeder Buchstabe dieser Schrift, der soll jetzt unser Fundament sein. So gesehen wäre auch diese einstige Kaserne in Wetzlar ein Hort von christlichem Fundamentalismus. Die Redaktion von IDEA, wo man das Tagwerk mit einem frommen Lied beginnt. IDEA Spektrum ist so etwas wie das Zentralorgan der deutschen Evangelikalen. Als solche begreifen sich rund 1,3 Millionen bibeltreuer Protestanten. Ihrem missionarisch-konservativen Weltbild, in dem es an Fegefeuer nicht mangelt, gibt das Wochenmagazin aus Wetzlar ein modisches Outfit. In Glaubensdingen freilich. Beinhard. Das Entscheidende, und da gibt es bei IDEA kein Vertun, ist alles das, was im Glaubensbekenntnis steht. Jesus ist leiblich auferstanden, er ist von einer Jungfrau geboren. Alle diese Dinge, die sind unverrückbar. Da gibt es kein Pro und Contra, Jungfrau, Geburt, Auferstehung oder Wiederkunft Christi. 23.000 Exemplare wöchentlich, Tendenz steigend, mahnen die Leserschaft, die Bibel buchstabengetreu als Gotteswille zu nehmen. Selbst die alttestamentlichen Sätze über die Rollenverteilung der Geschlechter. Es gibt manchmal ganz brisante Dinge, wo einfach keine Einigung zu erzielen ist. Und wenn man dann auch nach einem seelsorgerlichen Gespräch mit einem Dritten, das sehr schwierig ist, dann meine ich einfach, damit die Ehe nicht zerbricht, dass es gut ist, wenn dann der Mann das letzte Wort hat. So etwas hört man auch in dieser Baracke unweit von Bautzen gerne. Drittklässler Bolzen zwischen Industrieruinen. Unterrichtspause in einer Schule, die es nach dem Gesetz nicht geben darf. Die es aber trotzdem gibt. Die Eltern, überwiegend Russlanddeutsche, mögen ihre Kinder keinem Lehrer anvertrauen. Sie unterrichten lieber selber und verfahren dabei nicht nach dem Lehrplan, sondern streng nach der Bibel. Denn in den öffentlichen Schulen lauert der Teufel. Schon die Unterrichtsmaterialien. Blasphemisch. In Ihren Lehrbüchern gibt es keine Gespenster? Ich habe noch keine gesehen und wenn, dann werden sie rausgerissen. Ganz einfach. Wie? Weil wir uns von solchen Dingen fernhalten sollen. Die Menschen sollen sich von solchen Dingen, von diesen überirdischen, von diesen unsichtbaren Mächten, von den Dämonen fernhalten. Ob aber zum Pädagogen taugt, wer sich Geschichten, die nicht ins eigene Weltbild passen, mit der Hauruck-Methode erwehrt, Werden die Kinder hier unter- oder abgerichtet? Weil der erste Sündenfall ist passiert durch Ungehorsam. Da steht auch in das alte Buch, Bibel geschrieben, Gehorsam ist besser als Opfer und so weiter und so weiter. Gehorsam natürlich. Gewiss, es gilt Mutter und Vater zu ehren. Aber darum gleich blinder Gehorsam der Kinder gegenüber den Eltern, später dann der Frau gegenüber dem Mann? Erst ist der Mann erschaffen worden, dann ist ihm die Frau von Gott beiseite gestellt worden als Gehilfin. So steht es in der Bibel. Und der Mann hat eine andere Aufgabe, nämlich die Erhaltung und Ernährung der Familie. Und die Frau, die innere Erfüllung der Familie, also vor allen Dingen die Kindererziehung und alles, was das Heim ausmacht. Derlei Lektionen können ein Leben verhageln. Die sächsische Kultusbürokratie verhängt Bußgeldbescheide und lässt die Eltern dann doch gewähren. Zum Beispiel lehren wir die Kinder, dass Gott die Erde geschaffen hat, und zwar in sechs Tagen. Und am siebten Tag ruhte er. Das ist ganz einfach. Christliche Werte sind ganz wichtig, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Und dass die wunderbare Schöpfung, in der wir leben, nicht aus einem Urknall entstanden sein kann. Und dass alle Lehren, die heute in der Schule gelehrt werden, das Gegenteil sein. In den USA denken rund zwei Drittel der Bevölkerung so wie die Schulverweigerer aus Sachsen. Die Heilige Schrift stehe über jeder wissenschaftlichen Erkenntnis, denn einzig Gottes Bibelwort habe Gewicht. Kehren da Galileos Zeiten zurück? Für mich sind Fundamentalisten Menschen, die eben an die Verbalinspiration der Bibel, jedes Wort ist vom Heiligen Geist inspiriert, glauben. Und die deshalb zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte der Bibel für naturwissenschaftliche Wahrheit halten. Die Erde in sechs Tagen entstanden, Eva aus einer männlichen Rippe geschaffen. Der Urknall, ein Pups, gottloser Phantasten, das ist das Credo der Kreationisten. Sie sind auch hierzulande bei den Evangelikalen und bei IDEA auf dem Vormarsch. Wenn ich mir das vorstelle, wie aus einem Senfkorn eine riesige Pflanze wird, wie alles sich in der Natur so ergibt, dann habe ich persönlich überhaupt keine Probleme damit, warum soll das Gott nicht möglich sein, in sechs Tagen die Welt zu erschaffen. Ich habe darüber übrigens mal liberaler gedacht während meines Theologiestudiums und habe gedacht, das ist eigentlich alles egal, man kann die Evolutionslehre vertreten, man kann die Schöpfungslehre vertreten. Mittlerweile habe ich so viele Argumente mir angelesen und bin auch überzeugt worden, dass es tatsächlich so ist, dass Gott die Welt geschaffen hat und sie nicht erst durch einen Urknall entstanden ist. Deutsche Evolutionsbiologen schlagen Alarm, allen voran Ulrich Gutschera. Sie sehen gar den Wissenschaftsstandort Deutschland gefährdet. Denn Forderungen werden laut, dass aus Rücksicht auf religiöse Gefühle, neben Darwins Evolutionstheorie gleichberechtigt auch die Schöpfungsgeschichte in den Schulen zu lehren sei. Es geht um die Etablierung einer theistischen Sicht der Welt. Sie wissen, dass Naturwissenschaften per Definitionen atheistisch sind. Götter, Geister und Designer gibt es in den Wissenschaften nicht. Und das möchte man ändern. Man möchte Glaubensinhalte in die Wissenschaft einflechten und dadurch die kritische Denkweise und Arbeitsweise der Naturwissenschaften aushöhlen, unterwandern, zerstören. Eingefleischte Kreationisten behaupten, Gott habe auf einen Schlag binnen weniger Tage Menschen, Riesenechsen und Saurier geschaffen. Und das vor gerade einmal 10.000 Jahren. Dafür bürge das Alte Testament. Die Bibel als Fibel. Die Welt habe mit einer Sechstagewoche begonnen, als Gott Adam und Eva schuf in einem genialen Akt der Gestaltung. Intelligent Design heißt die griffige Formel. Nicht zuletzt der Schulverweigerer. Es gibt also in Deutschland über tausend, weit über tausend Schulverweigerer. Es werden immer mehr. Und zwar deshalb, weil in den Schulen sich nichts, so gut wie nichts verändert. Sehr positive Veränderungen gibt es in Hessen. Durch die dortige Kultusminister Karin Wolf. Nicht nur der Anwalt der Eltern, auch IDEA lobt die Kultusministerin. Das Blatt der deutschen Evangelikalen kürte Karin Wolf im vergangenen Jahr gar zur Christin des Jahres. Sie habe in Sachen Schöpfungslehre tapfe für die Meinungsfreiheit gekämpft. Wir haben ganz klar in den Lehrplänen stehen, dass in den Klassen jeweils auch die Evolutionstheorie zu vermitteln ist, in der Biologie. Und in Religionen steht das Thema Schöpfung auf dem Plan, sogar günstigerweise im selben Schuljahr. Das heißt, man kann fächerverbindend zusammenarbeiten und die Dinge austauschen. Kann der Biologe auch glauben? Kann derjenige, der an die Schöpfung glaubt, auch glauben, dass die Evolutionstheorie ihre Gründe hat? Und ihre richtige Reihenfolge hat? Das kann im Austausch der Fächer und der Menschen, die dort zugange sind, eine Rolle spielen. Nun hat Hessens Kultusministerin nachgelegt und dafür plädiert, die biblische Schöpfungslehre nicht nur im Religionsunterricht, sondern, man staune, auch im Fach Biologie an die Schüler zu bringen. Ich finde das unglaublich, dass beispielsweise in Hessen tatsächlich überlegt wird, ob man nicht auf der einen Seite den Schülerinnen und Schülern Darwin und auf der anderen Seite das Intelligent Design nahe bringt, weil man dann ja schon die Operation, die die Kreationisten vorhaben, weil man die ja schon mitgemacht hat. Man hebt eine völlig unwissenschaftliche Lehre auf die Ebene der Wissenschaft und sagt, in einem missverstandenen Pluralismus, lass uns doch mal beides machen und die Schüler suchen dann aus. Religionsfreiheit bedeutet, dass ich glauben kann, was ich will. Und wenn ich an einen Schöpfergott glaube, dann ist das in Ordnung. Aber Unterricht in der Schule kann nur auf wissenschaftlichen Erkenntnissen der Biologie beruhen und die hat mit dem Irrlehren des Intelligent Design nun überhaupt nichts zu tun. Bei allem grundgesetzlich verbürgten Respekt vor den Frommen, Lehrpläne sind nicht ihr Geschäft. Und obgleich IDEA gelegentlich für das Recht auf den häuslichen Unterricht wirbt, gar eine Broschüre mit Tipps herausgegeben hat, die allgemeine Schulpflicht gilt auch für evangelikale Christen. Wer Kinder wegsperrt, ihnen aus vermeintlicher Nächstenliebe die Chance auf Bildungsgleichheit verwehrt, der wird sich kaum auf die Bibel berufen können. Zum mündigen Christsein gehört nicht zuletzt die Freiheit, sich ohne Zwang zu entscheiden, ohne eine Litanei von Tabus und Geboten, ohne verklemmte Moral. Wie sie zu einer weiblichen Person kommen, ich meine später zu einer Ehe kommen, das möchten wir ihm selber erklären. Ich habe was gegen die Sexualkunde, ja. Was hat das zu suchen bei den kleinen Kindern? Wenn die Kinder größer werden und heiraten, dann werden die das von alleine wissen, wie das geht und was, was ist. Gewiss, im Vergleich mit den Gotteskriegern des Islam sind die militanten Schulverweigerer aus Bautzen oder die Hardliner aus Blaubeuren harmlose und meist umgängliche Zeitgenossen. Aber sie benutzen die Bibel, um Angst zu verbreiten. Und das ist schlimm genug. Und doch, das Lager der Glaubensstrengen, in dem das Wort Fundamentalismus nicht immer als Schimpfwort gilt, hat auch bedeutend freundlichere Facetten. Evangelikaler Jugendgottesdienst in Stuttgart. 1.500 Kids machen Party. Adieu, ihr verstaubten Posaunen. Eine große Koalition. Evangelikale, Pietisten und Jugendliche aus ganz normalen Gemeinden sind rundum verzückt. Das Emotionale durch das Singen, das finde ich sehr wichtig. Es ist einfach, dass man zusammen den Glauben leben kann, dass man auch sieht, es sind noch viele andere Menschen, die das auch glauben, das Gleiche. Ich fühle mich viel cooler, viel leichter. Das Vordringen fundamentalistischer Strömungen, das sind hier insbesondere die Evangelikalen, die Pfingstler und andere Varianten des Protestantismus, hat damit zu tun, dass unser Staatskirchensystem, was wir de facto haben, mit einer sehr privilegierten Position der Amtskirche, der bürokratischen Amtskirche, die über ihre Mitglieder auch verfügen kann, dass wir eine Entwicklung haben, weg von diesen Amtskirchen hin zu einem offenen Religionsmarkt, in dem die Sekten miteinander konkurrieren. Und sie konkurrieren, indem sie Angebote machen, indem sie sagen, bei uns ist was los. In der herkömmlichen protestantischen Kirche ist es langweilig, verstaubt, es passiert nichts, junge Leute erleben dort nichts. Und die Pfingstler und die Evangelikalen bieten in ihren Gemeinden eben Action an, die bieten charismatische Religionen an, die bieten Ekstase an, geradezu. Auf großes Gefühl, die Erweckung der Sinne, setzt auch das zweichfallerschütternde Event in Stuttgart. Eingeladen hat die Evangelische Allianz, das lockere Bündnis der 1,3 Millionen Evangelikalen. Freikirchler und Christen aus den Landeskirchen. Ein Pakt für die tradierten Werte, der jugendliche Gewandung nicht scheut. Wir machen Jugendlichen Mut, Partnerschaftsfrage, dass zur Liebe, zu einer Partnerschaft, auch zur Sexualität, auch Verbindlichkeit und Treue gehört. Und machen deshalb Mut zur Ehe. Also wir vertreten wie die Evangelische Landeskirche insgesamt das Leitbild der Ehe, weil es ein biblisches Leitbild ist. Sind hier wirklich Hardliner zu Gange? Wohl kaum. Und doch, zur Szene gehört auch dieser Oldie, Hartmut Steeb, der Generalsekretär der Allianz. Ein bewährter Kämpfer gegen das Laster, auch und gerade in den eigenen Reihen. Wie dem, der in ungeordneten Verhältnissen lebt. Das Ehen scheitern ist eine Realität, daran kann man nicht vorübergehen. Ich glaube, sehr individuell muss man überlegen, was das dann bedeutet. Ich denke schon, dass Leute, die mit ihrem eigenen Leben scheitern, dann nicht weiter in einer herausgehobenen Verantwortungsposition sein sollten, weil sie das Klima und die Atmosphäre bestimmen, Vorbildfunktion. Da ist sie wieder. Die Bibel, die zum Sündenregister, zum Index von strafbewehrten Missetaten mutiert. Ehebruch und Homosexualität ganz vorn. Das ist Mandy. Sie, Pfarrerin mit evangelikalem Hintergrund, zweifacher Mutter. Dann das homosexuelle Erwachen, die große Scham, das Outing, die Verachtung der frommen Brüder und Schwestern. Sie bittet uns, ihr Gesicht nicht zu zeigen. Ich halte Gottesdienste in einer kleinen Gemeinde, bin dort tätig und bin als Seelsorgerin tätig. Und da merkt man eine derartige Ausgrenzung. Ich fühle mich ausgegrenzt von Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, Christen zu sein. Das möchte ich Ihnen auch um Himmels Willen nicht absprechen. Die aber auf eine Art und Weise mit Menschen umgehen, die homosexuell sind, teilweise auch die anders sind, die so nicht mehr christlich ist. Ich habe zum Beispiel ein Drohbrief verhalten, wo mir klar Gewalt angedroht wurde, dass ich mich vorsehen solle, wenn ich um irgendeine dunkle Ecke kommen würde, aus dem Gemeindehaus heraus oder aus der Kirche heraus zum Beispiel, dass ich mich da einfach vorsehen sollte. Also schon etwas, was mir körperliche Gewalt angedroht hat. Ob solche Ausgrenzung wirklich dem Geist der Bibel entspricht? Die Hardliner aber pochen auf die Buchstaben des dritten Buch Mose. Du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Es gibt homosexuelle Empfindungen, das ist die eine Seite. Das ist eine Situation, die mag es wohl geben. Die homosexuelle Lebenspraxis kann ich für Christen nicht akzeptieren. Und damit natürlich erst recht nicht verfahren. Auf Hartmut Steeb kann die homosexuelle Christin nicht zählen. Doch man staune, die evangelikale Szene ist voll überraschender Brüche. Ich habe in den letzten Jahren auch unter freien Mitarbeitern homosexuelle Christen kennengelernt, die sehr darunter leiden und damit nicht fertig werden und auch versucht haben, davon frei zu werden. Einigen ist es gelungen, einige nicht. Und von daher, Also ich möchte auch hier keinen richten. So schwarz-weiß wie gedacht, ist das Weltbild der bibeltreuen Christen eben doch nicht. Auch hier im oberhessischen Daut verteidigt. Ein beschaulicher und gottesfürchtiger Flecken, der, neben den beiden Volkskirchen, auch eine quicklebendige, freikirchliche Gemeinde beherbergt. Sonntags die Predigt, mittwochs der sogenannte Hauskreis. Gespräche über Gott und die Welt, bei Schnittchen Bier und Wasser. Die muntere Runde scheint gefeit gegen fundamentalistischen Eifer. Evangelikale Gemeinschaft, hier heißt das Aufgehobensein und Freiheit. Sie haben sich ihren Pfarrer selber gewählt. Sie bezahlen ihn aus eigener Tasche. Matthias Hippler, er ist geschieden, musste darum vor Jahren anderen Ort seine Stelle quittieren. Zu Recht, sagt er heute. Es gibt bestimmte Regeln. Und wenn du als Pastor Trennung und Scheidung erlebst, dann kannst du nicht einfach so deinen Dienst fortsetzen. Weil Trennung, Scheidung immer auch etwas mit schuldig werden zu tun hat. Strenger als anderswo ist man eben schon unter Deutschlands Evangelikalen. Dieser wachsenden und höchst disperaten Bewegung, dieser gelegentlich verwiegenen Mixtur aus Rigidität und großer Offenheit. Vater im Himmel, du siehst den Tag, den wir hatten, so jeder auf seine Art. Und wir freuen uns einfach drauf, jetzt Zeit zu haben, miteinander zu reden, auch in der Bibel zu lesen, uns darüber auszutauschen. Und es ist einfach schön, dass wir das so miteinander tun können. Und wir bitten dich, großer Gott, dass du einfach hier bei uns bist. Amen. Meine Elternzinnen gehören zur Freien Evangelischen Gemeinde und bin ich als Kind dann schon mit hingegangen auch. Und bin auch froh, dass ich dabei bin, fühle mich da sehr wohl und glücklich. Basis ist natürlich für uns das Wort Gottes, die Bibel. Und insoweit sind die Maßstäbe und auch die Grundsätze, die Werte, die dort in der Bibel stehen, auch schon maßgebend für uns. Was heißt das konkret? Ja, insoweit auch ein Stück strenger, dass man sich eben an das hält, was die Bibel einem vorgibt. Wenn ich alles so locker von vornherein sehe, dann ist das schon problematisch. Also streng, es ist ja frei. Es ist ja keiner da, der steht mit der Peitsche und sagt, du musst jetzt aber das machen. Das ist ja die freie Entscheidung. Und Füße waschen, das hätte also jetzt nicht... Lockerungsübungen. Man plaudert über die Bibel wie über einen aktuellen Zeller. Alles ganz ungezwungen. Aber die eisernen Regeln sind allzeit präsent. Was etwa wäre, wenn ein Paar, das in wilder Ehe lebt, um Aufnahme in Pfarrer Hiplers Gemeinde bäte? Wenn das ein junges Paar ist, die sagen, also wir wollen wie ein Ehepaar zusammenleben, verzichten aber auf den Trauschein, dann würde ich erst mal das Gespräch suchen. Was sind eure Beweggründe? Und versuchen, sie für einen Wert, für den wir auch stehen, nämlich ein Zusammenleben mit Trauschein zu gewinnen. Wenn sie ihnen jetzt nicht folgen würden? Dann hat das unter Umständen die Konsequenz, dass wir sagen, ihr seid herzlich willkommen. Also wir grenzen niemanden aus. Aber eine verbindliche Gemeindemitgliedschaft ist im Moment dann nicht möglich. Der Herr wird durchs Feuer richten. Tief sitzt unter Evangelikalen die Angst vor Sodom und Gomorra. Das ist vielleicht noch nicht fundamentalistisch, aber befremdlich scheint der gebannte Blick ins Schlafzimmer schon, die sexuelle Inquisition im Namen der Heiligen Schrift. Als ob die Welt dem Herrgott keine anderen Sorgen bereite. Eine verblüffende Erkenntnis aus der Redaktion von IDEA. Und dann möchte ich auch im Blick auf die ganzen sexuellen Geschichten sagen, dass das besonders im evangelikalen Lager einen derartigen Rang bekommen hat, aus verschiedenen Gründen, der gar nicht biblisch angemessen ist. In der Bibel ist, wie wir das mal klar sagen, Ehebruch auf einer Stufe mit Geiz und Alkoholismus. Paulus stellt das alles in eine Reihe. Wo aber wird in unseren Gemeinden, auch in evangelikalen Gemeinden, derart pronunziert gegen Geiz gepredigt, wie gegen Ehebruch gepredigt. Ja, also hier ist, für die Bibel spielt Geld, die Macht des Geldes, die Gier nach Geld, eine viel größere Rolle als sexuelle Sünden. Verkehrte Welt? Der evangelikale Chefredakteur scheint am Ende gar liberaler als die sächsische Landeskirche. Es ist eine traurige Geschichte. Im Oktober 2005 wurde Dresdens Frauenkirche feierlich wieder geweiht und Pfarrer Fritz hielt eine fast schon weitsichtige Predigt. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Stefan Fritz, der sich heute nicht mehr äußern mag, war eine Galleonsfigur. Der erste Pfarrer an einer Kirche, die 60 Jahre Ruine war. Ein guter Hirte, ein aufrechter Kämpfer. Doch dann zerbrach seine Ehe. Pfarrer Fritz musste fort. Ein Gottesmann der Entscheidung lebt, wird in Sachsen umgehend versetzt. Es gibt in der sächsischen Landeskirche die Regel, dass die Pfarrer und auch die Pfarrerinnen, wenn ihre Ehe zerbricht, eine andere Stelle antreten, also die Stelle wechseln. Und an dieser Regel halten wir fest. Wir finden, sie ist gut begründet. Für uns ist im christlichen Verständnis die Ehe nichts, was auf Abschnitte angelegt ist, sondern sie wird auf Dauer geschlossen. Und das ist etwas, was die Pfarrer auch den Gemeindegliedern vermitteln. Wenn es bei ihnen selber nicht gelingt, sollte das eben nicht ohne Konsequenzen bleiben. Hardliner, rigide Kirchenführer lernen wir, gibt es nicht nur unter den gelegentlich als altmodisch verlachten Evangelikalen. Auch die Landeskirchen haben ihre Prinzipienreiter. Groß und erfolglos waren die Proteste gegen die Zwangsversetzung in Dresden. Unter den Wortführern der Schauspielintendant. Ich halte das eigentlich für eine ganz schlimme Sache, weil die Kirche sich nicht anmaßen sollte, in das Privateste eines Menschen einzudringen. Ich denke, das, was zwischen Mann und Frau stattfindet, geht nur die beiden etwas an. Pfarrer Fritz aber wird so schnell keine Gemeinde mehr betreuen. Jetzt ist er Kirchenbeauftragter für Fernsehgottesdienste. In Dresden wird er bis heute schmerzlich vermisst. Hätte die Kirche nicht anders verfahren können? Ich kann dazu nur sagen, jeder sollte morgens und abends auf die Tnie gehen und Gott danken, der eine gute Ehe hat. Das ist neben eigenen Anstellungen auch eine Nadel Gottes. Und sollte sehr vorsichtig sein im Richten anderer, bei denen es nicht so gut geht. Da dürfte sich so manches Mitglied der sächsischen Landeskirche nach der Milde des evangelikalen Journalisten aus Wetzlar sehnen. Natürlich ist uns auch klar geworden, dass in der Öffentlichkeit eine solche Konsequenz schwer zu vermitteln ist. Wir leben hier in Sachsen in einer Situation, wo immer wenige Ehen geschlossen werden, wo viele Ehen zerbrechen. Um eine Zahl zu nennen, 55 Prozent der Kinder in Sachsen werden unehelich geboren. Und insofern war uns schon klar, dass das nicht leicht zu vermitteln sein wird. Das war es auch nicht. Wir wünschen uns alle einen guten Appetit. Erst recht seit Hannovers Bischöfin Margot Käßmann ihre bevorstehende Scheidung öffentlich kund hat. Das Medienecho reichte bis in die bunten Blätter. Das Wort Tragödie machte die Runde. Die Trennung im Hause der Bischöfin blieb ohne dienstrechtliche Konsequenzen, was freilich nicht nur an der rundum Käßmann freundlichen Medienbegleitung lag, sondern an einer unterschiedlichen Praxis in den Landeskirchen. Was in Sachsen oder Württemberg abgestraft wird, bleibt in Hannover folgenlos. Warum sich die evangelische Kirche in Deutschland nicht auf eine einheitliche Sicht verständigt, mag begreifen, wer will. Fest steht, Margot Käßmann, die wohl wichtigste Repräsentantin des deutschen Protestantismus, darf Bischöfin bleiben. Gut so. Der Ärger indes schwelt weiter. Auslöser? Diese Ausgabe von IDEA. Ein Pro und Contra. Soll Margot Käßmann zurücktreten? Ja, sie muss wegen ihrer Scheidung demissionieren, sagt Werner Führer, der nicht irgendwer ist, sondern Oberkirchenrat der Landeskirche Schaumburg-Lippe mit Sitz in Bückeburg. Bis nach Hannover sind es 60 Kilometer. Dort verbat man sich die Einmischung. Bückeburgs Oberkirchenrat aber wiederholte seine Forderung und wurde von seinem Bischof vom Dienst suspendiert, obwohl er nur gefordert hatte, was in Sachsen gang und gäbe ist. Es ging um die Ehesscheidung Käßmann, aber es ging nachher auch um Vermutungen, die nach unserer Meinung nicht haltbar waren. Und es ging um auch massive Kritik an den verfassungsgemäßen Organen der Hannoverschen Landeskirche, die Dr. Führer in seiner offiziellen Eigenschaft als Oberkirchenrat getätigt hat. Und das ist keine offizielle Verladbarung der Landeskirche gewesen. Und Dr. Führer war dazu auch nicht autorisiert. Er muss gehen. Es scheint nicht gut bestellt um die protestantische Streitkultur, für die nicht zuletzt der Name Johann Gottfried Herder birgt, der einmal Pastor in Bückeburg war. Werner Führer, der sich derzeit nicht äußern mag, hat gewiss eine fragwürdige These vertreten, aber muss Kirche das nicht aushalten können? Es muss absolut legitim sein, diese Meinung vertreten zu können. Und das muss man vertreten können, ohne dass das Konsequenzen hat. Also ich halte die Entscheidung der Schaumburg-Lippischen Kirchenleitung für völlig überzogen. Wenn man nach diesem Maßstab vorgeht, es äußert einer eine Meinung, die völlig legitim ist, und der wird dann gleich vor die Tür gesetzt. Wer könnte dann eigentlich in den Kirchen überhaupt noch im Amt sein? Auch der Fall Käßmann und seine Folgen zeigen, das Klima im deutschen Protestantismus ist rau geworden, fast schon unversöhnlich, intolerant. Ein Fundamentalist diskutiert nicht. Er wähnt sich im Besitz der reinen Lehre. Die sucht man auch im Lager der Evangelikalen. IDEA ruft zum Kongress christlicher Führungskräfte. 3.000 Manager und Geschäftsleute sind ins Messezentrum Leipzig gekommen. Die Christen und das Liebe gilt. Gewiss, es wird über die ethische Verantwortung von Unternehmern diskutiert, die ihre Wurzeln im Glauben an Jesus sehen. Wie mit der geschundenen Umwelt umgehen. Wie mit Kündigungen. Wie mit dem Gebot, dass man auch im Zeichen gebotener Gewinnmaximierung nicht lügen oder stehlen soll. Vor allem aber geht es um die Schaffung von christlichen Netzwerken. Die Seilschaften treiben bisweilen bizarre Blüten. Das ist eine Business-Plattform, die dem christlichen Endkunden ermöglicht, die Firma zu finden. Das heißt, der Christ meint wegen in der Region, der sagt, gibt es eine christliche Kfz-Werkstatt um die Ecke. Auch eine traditionsreiche Schnapsbrennerei ist auf dem Konvent der Frommen vertreten. Familie Underberg ist zwar katholisch, aber von der Geschäftspraxis der Seniorchefin können auch Evangelikale lernen. Denn die stellt am liebsten Christen ein, wenn da nur nicht das elende Gleichstellungsgesetz wäre. Wir dürfen ja durch das Gleichstellungsgesetz nicht mehr alles fragen. Ich denke, das ist eben doch was, was eigentlich komisch ist. Denn es ist ja ein freiwilliger Arbeitsvertrag. Es muss ja keiner bei uns arbeiten. Ich muss auch nicht jeden Mitarbeiter nehmen. Ich denke, die Basis für beide Seiten ist ja viel offener und fairer, wenn man weiß, wem man gegenüber hat. Also lieber die Christen? Ja, wenn ich die Wahl habe, schon. Ein beklemmend ehrliches Bekanntnis. Wenn Frau Underberg sagt, sie stelle am liebsten Christen ein, dann finde ich das toll. Ich kenne andere Unternehmer, die ganz bewusst sagen, ja, Christen im Betrieb ist schon gut, aber wir holen auch Leute, die der Kirche dem Glauben kritisch gegenüberstehen, in der Hoffnung, dass sie bei uns sehen, wie Christentum sich auswirkt und dadurch Lust gewinnen, auch Christ zu werden. Der alte Missionsgedanke, ja, der ist immer da, ja. Dann erscheint unerwarteter Besuch. Bischof Huber mitten im evangelikalen Lager. Wie hat man sich einst bekämpft, vor 20 Jahren etwa, als der heutige EKD-Ratsvorsitzende Parteisoldat der SPD und Friedenskämpfer war? Sie wissen ja, dass Bischof Huber ursprünglich eine andere Sicht der Dinge hatte, solange er noch Theologieprofessor war. Und dass er inzwischen in vielen Bereichen des kirchlichen und des gesellschaftlichen Lebens, ich mutmaßig jetzt mal entdeckt hat, dass also die Position, die etwa auch IDEA vertritt, durchaus gemeindebauend ist und gesellschaftsfördernd. Also ich würde niemals die Veränderung von Saulus zu Paulus für mich in Anspruch nehmen, aber ich würde auf der anderen Seite auch sagen, wenn jemand in Jahrzehnten nicht dazulernt und sich nicht verändert, dann ist wohl irgendetwas falsch gelaufen. Einmal mehr, die Grenzen verschwimmen. Die Szene der Bibeltreuen lässt sich ideologisch nicht eindeutig verorten. Jüngst hat IDEA Wolfgang Huber gar zum Bischof des Jahres gewählt. Die Evangelikalen beten ja immer, dass sie die Bischöfe ändern mögen. Manche Bischöfe ändern, wenn es dann passiert, sind sie ganz überrascht. Und hier ist es tatsächlich passiert bei Bischof Huber. Ob es aber wirklich nur an den Gebeten für den Bischof lag? Oder aber ist die Welt für Christen eine andere geworden, seit es gegen die Gottlosigkeit der Moderne und gleichzeitig gegen den Islamismus zu kämpfen gilt? Es gibt sicher auch in Deutschland christlichen Fundamentalismus, aber ich halte es für nicht angemessen, solchen christlichen Fundamentalismus mit islamischem oder islamistischem Fundamentalismus auf eine Stufe zu stellen und beispielsweise die Frage zu bagatellisieren, welches Verhältnis Fundamentalismus zur Anwendung von Gewalt oder zur Drohung mit Gewalt hat. In der Tat, der christliche Fundamentalismus in Deutschland kennt, dem Himmel sei Dank, keine kampfbereiten Gotteskriege. Aber es gibt immer mehr Hardliner, die in der Bibel eine Waffe sehen. Eine Waffe gegen die Wissenschaft, gegen Schwule oder gescheiterte Eheleute. Eine Waffe gegen die Schulpflicht. Und gelegentlich scheint es als Beginne der Staat zu kapitulieren. Im sächsischen Heimunterricht fällt auf, dass einige Schüler verwaist sind an diesen Tag. Ob die Schüler Windpocken haben? Keineswegs. Aber es gibt Kinder, die nicht gefilmt werden sollen. Und das hat Gründe. Wissen denn die Behörden um alle Fälle? Die wissen wahrscheinlich nicht um alle Fälle. Die wissen nicht um alle Fälle. Und das ist doch gut so, wenigstens werden ein paar in Ruhe gelassen. Es gibt also Schüler, von deren Existenz die Behörden nicht einmal wissen. Verschwunden in einer Heimschule. Ein hartnäckiger Evangelikaler aber beklagt eine neue Christenverfolgung durch den Staat. Was ich im Augenblick kritisiere, ist dieser Fundamentalismus unserer Regierungsstellen und Behörden, die überhaupt kein Abweichen ausgerechnet in der Frage zulassen. Es gibt unheimlich viele Schulschwänzer, da geht man lange nicht so hart vor. Aber wenn jemand aus Glaubens- und Gewissensgründen sagt, ich kann hier nicht mehr mit, dann wird das polizeilich in einer Art und Weise verfolgt, was in Deutschland wirklich geschieht. Das ist weltweit nach meiner Kenntnis einzigartig. Die Behörden mögen Bußgeldbescheide verschicken. Der Hausunterricht aber geht unverdrossen weiter. Tafelt hier eine fromme Gemeinschaft, die zu Recht auf die verbriefte Religionsfreiheit pocht? Oder mühen sich da christliche Fanatiker, eine kleine Parallelgesellschaft zu züchten? Die Schulpflicht ist jedenfalls nicht nur Zwang, sondern auch eine demokratische Errungenschaft. Vom Glauben zur Indoktrination ist es hier nicht weit. Es ist ja ein sehr schmaler Grad der Religionsfreiheit auf der einen Seite, die eben zunächst mal positiv erklären muss, dass jeder glauben kann, was er möchte, und jeder nach seiner Fasson selig werden darf. Und dass da staatliche, aber auch kirchlich-bürokratische Stellen nicht so viel hineinzureagieren haben. Und dem, was wir dann negative Religionsfreiheit nennen können. Das heißt, dass ich auch von bestimmten religiösen Angeboten in Ruhe gelassen werde und nicht Fundamentalisten mir mit ihrer Propaganda, mit ihrem Geschrei auf die Nerven gehen. Und doch, der Streit um die Fundamente des Glaubens, die Bibel und ihre Auslegung, der Streit, ob es nun einen zürnenden, feuerstrafenden Gott gibt oder doch einen nachsichtig sanften, er hat auch viel Gutes. So leidenschaftlich wurde quer durch die Lager unter Protestanten schon lange nicht mehr gestritten. Evangelikale mutieren zu Liberalen, Landeskirchler führen sich wie Hardliner auf, Schwule, Schulverweigerer und Kreationisten mischen sich ein. Ein Disput mit immer neuen, überraschenden Formationen. Ein uraltes Buch sorgt für Aufregung. Und das ist gut so. Bei uns arbeiten oder ich muss auch nicht jeden Mitarbeiter nehmen. Also ich denke, die Basis für beide Seiten ist ja viel offener und fairer, wenn man weiß, wem man gegenüber hat. Also lieber die Christen? Ja, wenn ich die Wahl habe, schon. Ein beklemmend ehrliches Bekanntnis. Wenn Frau Unterberg sagt, sie stelle am liebsten Christen ein, dann finde ich das toll. Ich kenne andere Unternehmer, die ganz bewusst sagen, ja, Christen in Betrieb ist schon gut, aber wir holen auch Leute, die der Kirche dem Glauben kritisch gegenüberstehen, in der Hoffnung, dass die bei uns sehen, wie Christentum sich auswirkt und dadurch Lust gewinnen, auch Christ zu werden. Der alte Missionsgedanke. Ja, der ist immer da, ja. Dann erscheint unerwarteter Besuch. Bischof Huber, mitten im evangelikalen Lager. Wie hat man sich einst bekämpft, vor 20 Jahren etwa, als der heutige EKD-Ratsvorsitzende Parteisoldat der SPD und Friedenskämpfer war? Und heute? Sie wissen ja, dass Bischof Huber ursprünglich eine andere Sicht der Dinge hatte, solange er noch Theologieprofessor war. Und dass er inzwischen in vielen Bereichen des kirchlichen und des gesellschaftlichen Lebens, ich mutmaße, jetzt mal entdeckt hat, dass also die Position, die etwa auch IDEA vertritt, durchaus gemeindebauend ist und gesellschaftsfördernd. Also ich würde niemals die Veränderung von Saulus zu Paulus für mich in Anspruch nehmen. Aber ich würde auf der anderen Seite auch sagen, wenn jemand in Jahrzehnten nicht dazulernt und sich nicht verändert, dann ist wohl irgendetwas falsch gelaufen. Einmal mehr, die Grenzen verschwimmen. Die Szene der Bibeltreuen lässt sich ideologisch nicht eindeutig verorten. Jüngst hat IDEA Wolfgang Huber gar zum Bischof des Jahres gewählt. Die Evangelikalen beten ja immer, dass sie die Bischöfe ändern mögen. Manche Bischöfe ändern mögen, wenn es dann passiert, sind sie ganz überrascht. Und hier ist es tatsächlich passiert bei Bischof Huber. Ob es aber wirklich nur an den Gebeten für den Bischof lag? Oder aber ist die Welt für Christen eine andere geworden, seit es gegen die Gottlosigkeit der Moderne und gleichzeitig gegen den Islamismus zu kämpfen gilt? Es gibt sicher auch in Deutschland christlichen Fundamentalismus, aber ich halte es für nicht angemessen, solchen christlichen Fundamentalismus mit islamischem oder islamistischem Fundamentalismus auf eine Stufe zu stellen und beispielsweise die Frage zu bagatellisieren, welches Verhältnis Fundamentalismus zur Anwendung von Gewalt oder zur Drohung mit Gewalt hat. In der Tat, der christliche Fundamentalismus in Deutschland kennt, dem Himmel sei Dank, keine kampfbereiten Gotteskrieger. Aber es gibt immer mehr Hardliner, die in der Bibel eine Waffe sehen. Für beide Seiten ist ja viel offener und fairer, wenn man weiß, wem man gegenüber hat. Also lieber die Christen? Ja, wenn ich die Wahl habe, schon. Wenn Frau Unterberg sagt, sie stelle am liebsten Christen ein, dann finde ich das toll. Ich kenne andere Unternehmer, die ganz bewusst sagen, ja, Christen im Betrieb ist schon gut, aber wir holen auch Leute, die der Kirche dem Glauben kritisch gegenüberstehen, in der Hoffnung, dass die bei uns sehen, wie Christentum sich auswirkt und dadurch Lust gewinnen, auch Christ zu werden. Der alte Missionsgedanke, ja, der ist immer da, ja. Dann erscheint unerwarteter Besuch. Bischof Huber, mitten im evangelikalen Lager. Wie hat man sich einst bekämpft, vor 20 Jahren etwa, als der heutige EKD-Ratsvorsitzende Parteisoldat der SPD und Friedenskämpfer war? Und heute? Sie wissen ja, dass der Bischof Huber ursprünglich eine andere Sicht der Dinge hatte, solange er noch Theologieprofessor war. Und dass er inzwischen in vielen Bereichen des kirchlichen und des gesellschaftlichen Lebens, ich mutmaße, jetzt mal entdeckt hat, dass also die Position, die etwa auch IDEA vertritt, durchaus gemeindebauend ist und gesellschaftsfördernd. Also ich würde niemals die Veränderung von Saulus zu Paulus für mich in Anspruch nehmen. Aber ich würde auf der anderen Seite auch sagen, wenn jemand in Jahrzehnten nicht dazulernt und sich nicht verändert, dann ist wohl irgendetwas falsch gelaufen. Einmal mehr, die Grenzen verschwimmen. Die Szene der Bibeltreuen lässt sich ideologisch nicht eindeutig verorten. Jüngst hat IDEA Wolfgang Huber gar zum Bischof des Jahres gewählt. Die Evangelikalen beten ja immer, dass sie die Bischöfe ändern mögen. Manche Bischöfe ändern mögen. Und wenn es dann passiert, sind sie ganz überrascht. Und hier ist es tatsächlich passiert bei Bischof Huber. Ob es aber wirklich nur an den Gebeten für den Bischof lag? Oder aber ist die Welt für Christen eine andere geworden, seit es gegen die Gottlosigkeit der Moderne und gleichzeitig gegen den Islamismus zu kämpfen gilt? Es gibt sicher auch in Deutschland christlichen Fundamentalismus, aber ich halte es für nicht angemessen, solchen christlichen Fundamentalismus mit islamischem oder islamistischem Fundamentalismus auf eine Stufe zu stellen und beispielsweise die Frage zu bagatellisieren, welches Verhältnis Fundamentalismus zur Anwendung von Gewalt oder zur Drohung mit Gewalt hat. In der Tat. Der christliche Fundamentalismus in Deutschland kennt, dem Himmel sei Dank, keine kampfbereiten Gotteskrieger. Aber es gibt immer mehr Hardliner, die in der Bibel eine Waffe sehen. Eine Waffe gegen die Wissenschaft, gegen Schwule oder gescheiterte Eheleute. Eine Waffe. Dass man sein Ehebett unbefleckt halten soll. Und so wollen wir auch leben, wir wollen nur einen Ehepartner haben. Und wenn man sich hier umguckt, dann sieht man auch, dass jeder nur einen Ehepartner hat und das noch nie in zweiter Kette hat oder so. Also in der Bibel steht, ja, darf man das nicht machen soll. Und dann das heilt ich mich auch. Die Ehe, die soll ja rein und heilig gehalten werden. Und dann stehe ich auch da voll dahinter. Also Sexualität erst in der Ehe? Ja, stehe ich auch da hin. Nach dem Gottesdienst wird gemeinsam Sport getrieben. Diese Welt ohne Sünde ist ein hermetisches Gebilde. Ehen werden bevorzugt innerhalb des frommen und sehr begüterten Vereins geschlossen. Die christliche Familie. Ein fundamentales Bollwerk gegen die säkulare Welt. Der Fundamentalismus ist besonders kritisch gegenüber der Abtreibung. Er ist besonders kritisch gegenüber Scheidung. Er ist besonders kritisch gegenüber bestimmten sexuellen Orientierungen, wie vor allen Dingen der Homosexualität. Und er ist in einer Weise frauendiskriminierend, dass eigentlich in allen fundamentalistischen Strömungen wir von einer patriarchalischen Religionsstruktur ausgehen können. Der Mann ist der Frau übergeordnet, heißt es in den Vereinsstatuten unter Berufung auf Paulus. Und weiter, die Frauen sollen ein Zeichen dieser Unterordnung an sich tragen, wenn sie ihr Haupt bedecken. Das Unterweisen obliegt den Männern, weil wir uns an Pauli Wort halten, dass er den Frauen nicht gestattet, die Männer zu unterweisen. So wird das Wort der Apostel, der Propheten und Jünger zu einer Botschaft, die ausgrenzt. Der Gott der Hardliner vom Blautopf droht, zürnt und bestraft. Die Bibel ein Verhaltenskodex, um Angst zu machen. So meiner Meinung nach ist Fundamentalismus immer auch eine Reaktion auf Ängste, eine Reaktion auf Verunsicherung. Und dann sucht man das Fundament und dann sagt man nicht etwa, ja, wir müssen wieder mehr Vertrauen zu Gott haben oder wir müssen den Geist Christi wiederbeleben oder suchen. Sondern man sagt, die Schrift, jeder Buchstabe dieser Schrift, der soll jetzt unser Fundament sein. So gesehen wäre auch diese einstige Kaserne in Wetzlar ein Hort von christlichem Fundamentalismus. Die Redaktion von IDEA, wo man das Tagwerk mit einem frommen Lied beginnt. IDEA Spektrum ist so etwas wie das Zentralorgan der deutschen Evangelikalen. Als solche begreifen sich rund 1,3 Millionen bibeltreuer Protestanten. Ihrem missionarisch-konservativen Weltbild, in dem es an Fegefeuer ist. Von daher, also ich möchte auch hier keinen richten. So schwarz-weiß wie gedacht, ist das Weltbild der bibeltreuen Christen eben doch nicht. Auch hier im oberhessischen Daut verteiligt. Ein beschaulicher und gottesfürchtiger Flecken, der neben den beiden Volkskirchen auch eine quicklebendige, freikirchliche Gemeinde beherbergt. Sonntags die Predigt, mittwochs der sogenannte Hauskreis. Gespräche über Gott und die Welt, bei Schnittchen Bier und Wasser. Die muntere Runde scheint gefeit gegen fundamentalistischen Eifer. Evangelikale Gemeinschaft, hier heißt das Aufgehobensein und Freiheit. Sie haben sich ihren Pfarrer selber gewählt. Sie bezahlen ihn aus eigener Tasche. Matthias Hippler, er ist geschieden, musste darum vor Jahren anderen Ort seine Stelle quittieren. Zu Recht, sagt er heute. Es gibt bestimmte Regeln. Und wenn du als Pastor Trennung und Scheidung erlebst, dann kannst du nicht einfach so deinen Dienst fortsetzen. Weil Trennung, Scheidung immer auch etwas mit schuldig werden zu tun hat. Strenger als anderswo ist man eben schon unter Deutschlands Evangelikalen. Dieser wachsenden und höchst disperaten Bewegung, dieser gelegentlich verwiegenen Mixtur aus Rigidität und großer Offenheit. Vater im Himmel, du siehst den Tag, den wir hatten, so jeder auf seine Art. Und wir freuen uns einfach drauf, jetzt Zeit zu haben, miteinander zu reden, auch in der Bibel zu lesen, uns darüber auszutauschen. Und es ist einfach schön, dass wir das so miteinander tun können. Und wir bitten dich, großer Gott, dass du einfach hier bei uns bist. Amen. Amen. Meine Elternzinnen gehören zur Freien Evangelischen Gemeinde und bin ich als Kind dann schon mit hingegangen auch. Und bin auch froh, dass ich dabei bin, fühle mich da sehr wohl und glücklich. Basis ist natürlich für uns das Wort Gottes, die Bibel. Und insoweit sind die Maßstäbe und auch die Grundsätze, die Werte, die dort in der Bibel stehen, auch schon maßgebend für uns. Was heißt das konkret? Ja, insoweit auch ein Stück strenger, dass man sich eben an das hält, was die Bibel einem vorgibt. Wenn ich alles so locker von vornherein sehe, dann ist das schon problematisch. Also streng. Es ist ja frei. Es ist ja keiner da, der steht mit der Peitsche und sagt, du musst jetzt aber das machen. Das ist ja die freie Entscheidung. Und Füße waschen, das hätte also jetzt nichts... Lockerungsübungen. Man plaudert über die Bibel wie über einen aktuellen Seller. Alles ganz unbezwungen. Aber die eisernen Regeln sind allzeit präsent. Was etwa wäre, wenn ein Paar, das in wilder Äther dann, der Frau gegenüber dem Mann? Erst ist der Mann erschaffen worden, dann ist ihm die Frau von Gott beiseite gestellt worden als Gehilfin. So steht es in der Bibel. Und der Mann hat eine andere Aufgabe, nämlich die Erhaltung und Ernährung der Familie. Und die Frau, die innere Erfüllung der Familie. Also vor allen Dingen die Kindererziehung und alles, was das Heim ausmacht. Derlei Lektionen können ein Leben verhageln. Die sächsische Kultusbürokratie verhängt Bußgeldbescheide und lässt die Eltern dann doch gewähren. Zum Beispiel lehren wir die Kinder, dass Gott die Erde geschaffen hat. Und zwar in sechs Tagen. Und am siebten Tag ruhte er. Das ist ganz einfach. Christliche Werte sind ganz wichtig. Dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist. Und dass die wunderbare Schöpfung, in der wir leben, nicht aus einem Urknall entstanden sein kann. Und dass alle Lehren, die heute in der Schule gelehrt werden, das Gegenteil seien. In den USA denken rund zwei Drittel der Bevölkerung so wie die Schulverweigerer aus Sachsen. Die Heilige Schrift stehe über jeder wissenschaftlichen Erkenntnis. Denn einzig Gottes Bibelwort habe Gewicht. Kehren da Galileos Zeiten zurück? Für mich sind Fundamentalisten Menschen, die eben an die Verbalinspiration der Bibel, jedes Wort ist vom Heiligen Geist inspiriert, glauben. Und die deshalb zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte der Bibel für naturwissenschaftliche Wahrheit halten. Die Erde in sechs Tagen entstanden, Eva aus einer männlichen Rippe geschaffen. Der Urknall, ein Pups, gottloser Phantasten. Das ist das Credo der Kreationisten. Sie sind auch hierzulande bei den Evangelikalen und bei IDEA auf dem Vormarsch. Wenn ich mir das vorstelle, wie aus einem Senfkorn eine riesige Pflanze wird, wie alles sich in der Natur so ergibt, dann habe ich persönlich überhaupt keine Probleme damit, warum soll das Gott nicht möglich sein, in sechs Tagen die Welt zu erschaffen. Ich habe darüber übrigens mal liberaler gedacht während meines Theologiestudiums und habe gedacht, das ist eigentlich alles egal. Man kann die Evolutionslehre vertreten, man kann die Schöpfungslehre vertreten. Mittlerweile habe ich so viele Argumente mir angelesen und bin auch überzeugt worden, dass es tatsächlich so ist, dass Gott die Welt geschaffen hat und sie nicht erst durch einen Urknall entstanden ist. Ihre Kinder keinem Lehrer anvertrauen. Sie unterrichten lieber selber und verfahren dabei nicht nach dem Lehrplan, sondern streng nach der Bibel. Denn in den öffentlichen Schulen lauert der Teufel. Schon die Unterrichtsmaterialien. Blasphemisch. In Ihren Lehrbüchern gibt es keine Gespenster? Ich habe noch keine gesehen. Und wenn, dann werden sie rausgerissen. Ganz einfach. Wie? Weil wir uns von solchen Dingen fernhalten sollen. Die Menschen sollen sich von solchen Dingen, von diesen überirdischen, von diesen unsichtbaren Mächten, von den Dämonen fernhalten. Ob aber zum Pädagogen taugt, wer sich Geschichten, die nicht ins eigene Weltbild passen, mit der Hauruck-Methode erwehrt, werden die Kinder hier unter- oder abgerichtet? Weil der erste Sündenfall ist passiert durch Ungehorsam. Das steht auch in das alte Buch, Bibel geschrieben, Gehorsam ist besser als Opfer und so weiter und so weiter. Gehorsam natürlich. Gewiss, es gilt, Mutter und Vater zu ehren. Aber darum gleich blinder Gehorsam der Kinder gegenüber den Eltern, später dann der Frau gegenüber dem Mann? Erst ist der Mann erschaffen worden, dann ist ihm die Frau von Gott beiseite gestellt worden als Gehilfin. So steht es in der Bibel. Und der Mann hat eine andere Aufgabe, nämlich die Erhaltung und Ernährung der Familie. Und die Frau die innere Erfüllung der Familie, also vor allen Dingen die Kindererziehung und alles, was das Heim ausmacht. Derlei Lektionen können ein Leben verhageln. Die sächsische Kultusbürokratie verhängt Bußgeldbescheide und lässt die Eltern dann doch gewähren. Zum Beispiel lehren wir die Kinder, dass Gott die Erde geschaffen hat, und zwar in sechs Tagen. Und am siebten Tag ruhte er. Das ist ganz einfach. Christliche Werte sind ganz wichtig, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist und dass die wunderbare Schöpfung, in der wir leben, nicht aus einem Urknall entstanden sein kann. Und dass alle Lehren, die heute in der Schule gelehrt werden, das Gegenteil sein. In den USA denken rund zwei Drittel der Bevölkerung so wie die Schulverweigerer aus Sachsen. Die Heilige Schrift stehe über jeder wissenschaftlichen Erkenntnis, denn einzig Gottes Bibelwort habe Gewicht. Kehren da Galileos Zeiten zurück? Für mich sind Fundamentalisten Menschen, die eben an die Verbalinspiration der Bibel, jedes Wort ist vom Heiligen. Das Wort der Bibel gilt ihnen, Wort für Wort, als einziges Fundament, das die Menschheit vor dem Feuer der Verdammnis errettet. Musik 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 Selbst im bekennend weltlichen Tatort sieht sich der Stuttgarter Kommissar Bienzle in den Fängen eines Frömmlers. Herr Bienzle, haben Sie die Broschüre gelesen, die ich Ihnen da in der Briefkaste gesteckt habe? Tut mir leid. Ja, das sollte Sie aber. Um was geht es überhaupt? Um eine Erleuchtung. Um Ihre, um unser aller Erleuchtung. Oh, für das Herr Göttle von Biber. Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter. Wenn der Mensch nichts glaubt, ist er auch nichts wert. Aber was ich glaub, das möchte ich schon ganz selber entscheiden. Da müssen Sie gar nichts entscheiden. Sie müssen nur auf das Wort Gottes vertrauen. Wir bleiben im Ländle. Der Blautopf, schon von Pfarrer Eduard Mörike bedichtet. Die geheimnisumwobene, ewig blaue Quelle gab der kleinen Klosterstadt Blaubeuren den Namen, die bis heute eine Hochburg des schwäbischen Protestantismus ist. Viel gediegenes Fachwerk. Hier scheint die Welt noch in Ordnung. Jedenfalls ein wenig lauschiger als anderswo. In den Hessenhöfen am Rande des Städtchens aber ist Schluss mit lustig. Hier residiert der christliche Verein Das Leben. Jeden Sonntag hält man Gottesdienst. Die Frauen haben ihr Haupt mit einem Kopftuch zu bedecken. Christliche Zwangsverschleierung. Die Männer recken die Hände zum Himmel. Über 500 Mitglieder zählt der Verein, der Teil einer europaweit verzweigten christlichen Sekte mit Stammsitz in Norwegen ist. Ihm zu folgen, der keine Sünde getan hat, in wessen Mund kein Betrug gefunden wurde und die Herrlichkeit Jesu Christi offenbaren, mitten in dieser Welt. Unsere Aufgabe hier, dass es Fleisch wird, nie nachgeben den Lüsten und Begirten, nie niedergedrückt zu werden. Nein, es ist hoffnungsvoll, dieses Leben zu leben. Dafür bin ich dankbar. Die evangelische Amtskirche verachten sie ob deren Laschheit. Darum haben sie sich ausschließlich mit Spenden ein eigenes Gotteshaus gebaut. Eine Trutzburg gegen Sünde und Satan. Ich bin auch dankbar, dass ich über Satan hassen könnte, dass er ungemein, dass ich ihn... ...mit ihrem eigenen Leben scheitern, dann nicht weiter in einer herausgehobenen Verantwortungsposition sein sollten, weil sie das Klima und die Atmosphäre bestimmen, Vorbildfunktion. Da ist sie wieder. Die Bibel, die zum Sündenregister, zum Index von strafbewehrten Missetaten mutiert. Ehebruch und Homosexualität ganz vorn. Das ist Mandy. Pfarrerin mit evangelikalem Hintergrund. Zweifacher Mutter. Dann das homosexuelle Erwachen. Die große Scham, das Outing, die Verachtung der frommen Brüder und Schwestern. Sie bittet uns, ihr Gesicht nicht zu zeigen. Ich halte Gottesdienste in einer kleinen Gemeinde. Bin dort tätig und bin als Seelsorgerin tätig. Und da merkt man eine derartige Ausgrenzung. Ich fühle mich ausgegrenzt von Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, Christen zu sein. Das möchte ich Ihnen auch um Himmels Willen nicht absprechen. Die Menschen, die aber auf eine Art und Weise mit Menschen umgehen, die homosexuell sind, teilweise auch die anders sind, die so nicht mehr christlich ist. Ich habe zum Beispiel ein Drohbrief verhalten, wo mir klar Gewalt angedroht wurde, dass ich mich vorsehen solle, wenn ich um irgendeine dunkle Ecke kommen würde, aus dem Gemeindehaus heraus oder aus der Kirche heraus zum Beispiel. Dass ich mich da einfach vorsehen sollte. Also schon etwas, was mir körperliche Gewalt angedroht hat. Ob solche Ausgrenzung wirklich dem Geist der Bibel entspricht? Die Hardliner aber pochen auf die Buchstaben des dritten Buch Mose. Du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Es gibt homosexuelle Empfindungen, das ist die eine Seite. Das ist eine Situation, die mag es wohl geben. Die homosexuelle Lebenspraxis kann ich für Christen nicht akzeptieren. Und damit natürlich erst recht nicht verpfauen. Auf Hartmut Steeb kann die homosexuelle Christin nicht zählen. Doch man staune, die evangelikale Szene ist voll überraschender Brüche. Ich habe in den letzten Jahren auch unter freien Mitarbeitern homosexuelle Christen kennengelernt, die sehr darunter leiden. Und damit nicht fertig werden und auch versucht haben, davon frei zu werden. Einigen ist es gelungen, einige nicht. Und von daher, Also ich möchte auch hier keinen richten. So schwarz-weiß wie gedacht, ist das Weltbild der bibeltreuen Christen eben doch nicht. Auch hier im oberhessischen Daut verteidigt. Ein beschaulicher und gottesfürchtiger Flecken, der neben den beiden Volkskirchen auch eine quicklebendige, freikirchliche Gemeinde beherbergt. Maßgebend für uns. Was heißt das konkret? Ja, insoweit auch ein Stück Strenge, dass man sich eben an das hält, was die Bibel einem vorgibt. Wenn ich alles so locker von vornherein sehe, dann ist das schon problematisch. Also streng, es ist ja frei. Es ist ja keiner da, der steht mit der Peitsche und sagt, du musst jetzt aber das machen. Das ist ja die freie Entscheidung. Und Füße waschen, das hätte also jetzt nichts... Lockerungsübungen. Man plaudert über die Bibel wie über einen aktuellen Seller. Alles ganz ungezwungen. Aber die eisernen Regeln sind allzeit präsent. Was etwa wäre, wenn ein Paar, das in wilder Ehe lebt, um Aufnahme in Pfarrer Hiplers Gemeinde bete? Wenn das ein junges Paar ist, die sagen, also wir wollen wie ein Ehepaar zusammenleben, verzichten aber auf den Trauschein, dann würde ich erst mal das Gespräch suchen. Was sind eure Beweggründe? Und versuchen sie für einen Wert, für den wir auch stehen, nämlich ein Zusammenleben mit Trauschein zu gewinnen. Wenn sie ihnen jetzt nicht folgen würden? Dann hat das unter Umständen die Konsequenz, dass wir sagen, ihr seid herzlich willkommen. Also wir grenzen niemanden aus. Aber eine verbindliche Gemeindemitgliedschaft ist im Moment dann nicht möglich. Der Herr wird durchs Feuer richten. Tief sitzt unter Evangelikalen die Angst vor Sodom und Gomorra. Das ist vielleicht noch nicht fundamentalistisch, aber befremdlich scheint der gebannte Blick ins Schlafzimmer schon, die sexuelle Inquisition im Namen der Heiligen Schrift. Als ob die Welt dem Herrgott keine anderen Sorgen bereite. Eine verblüffende Erkenntnis aus der Redaktion von IDEA. Und dann möchte ich auch im Blick auf die ganzen sexuellen Geschichten sagen, dass das besonders im evangelikalen Lager einen derartigen Rang bekommen hat, aus verschiedenen Gründen, der gar nicht biblisch angemessen ist. In der Bibel ist, wie wir das mal klar sagen, Ehebruch auf einer Stufe mit Geiz und Alkoholismus. Paulus stellt das alles in eine Reihe. Wo aber wird in unseren Gemeinden, auch in evangelikalen Gemeinden, derart pronunziert gegen Geiz gepredigt wie gegen Ehebruch gepredigt? Ja, also hier ist, also für die Bibel spielt Geld, die Macht des Geldes, die Gier nach Geld, eine viel größere Rolle als sexuelle Sünden. Verkehrte Welt? Der evangelikale Chefredakteur scheint am Ende gar liberaler als die sächsische Landeskirche. Es ist eine traurige Geschichte. Im Oktober 2005 wurde Dresdens Frauenkirche feierlich wieder geweiht und Pfarrer Fritz hielt eine fast schon weitsichtige Predigt. Pfarrer Fritz aber wird so schnell keine Gemeinde mehr betreuen. Jetzt ist er Kirchenbeauftragter für Fernsehgottesdienste. In Dresden wird er bis heute schmerzlich vermisst. Hätte die Kirche nicht anders verfahren können? Ich kann dazu nur sagen, jeder sollte morgens und abends auf die Dnie gehen und Gott danken, der eine gute Ehe hat. Das ist neben eigenen Anstrengungen auch eine Nadel Gottes. Und sollte sehr vorsichtig sein im Richten anderer, bei denen es nicht so gut geht. Da dürfte sich so manches Mitglied der sächsischen Landeskirche nach der Milde des evangelikalen Journalisten aus Wetzlar sehnen. Und natürlich ist uns auch klar geworden, dass in der Öffentlichkeit eine solche Konsequenz schwer zu vermitteln ist. Wir leben hier in Sachsen in einer Situation, wo immer weniger Ehen geschlossen werden, wo viele Ehen zerbrechen. Um eine Zahl zu nennen, 55 Prozent der Kinder in Sachsen werden unehelich geboren. Und insofern war uns schon klar, dass das nicht leicht zu vermitteln sein wird. Das war es auch nicht. Wir wünschen uns alle einen guten Appetit. Erst recht seit Hannovers Bischöfin Margot Käßmann ihre bevorstehende Scheidung öffentlich kund hat. Das Medienecho reichte bis in die bunten Blätter. Das Wort Tragödie machte die Runde. Die Trennung im Hause der Bischöfin blieb ohne dienstrechtliche Konsequenzen, was freilich nicht nur an der rund um Käßmann freundlichen Medienbegleitung lag, sondern an einer unterschiedlichen Praxis in den Landeskirchen. Was in Sachsen oder Württemberg abgestraft wird, bleibt in Hannover folgenlos. Warum sich die evangelische Kirche in Deutschland nicht auf eine einheitliche Sicht verständigt, mag begreifen, wer will. Fest steht, Margot Käßmann, die wohl wichtigste Repräsentantin des deutschen Protestantismus, darf Bischöfin bleiben. Gut so. Der Ärger indes schwelt weiter. Auslöser? Diese Ausgabe von IDEA. Ein Pro und Contra. Soll Margot Käßmann zurücktreten? Ja, sie muss wegen ihrer Scheidung demissionieren, sagt Werner Führer, der nicht irgendwer ist, sondern Oberkirchenrat der Landeskirche Schaumburg-Lippe mit Sitz in Bückeburg. Bis nach Hannover sind es 60 Kilometer. Dort verbat man sich die Einmischung. Bückeburgs Oberkirchenrat aber wiederholte seine Forderung und wurde von seinem Bischof vom Dienst suspendiert, obwohl er nur gefordert hatte, was in Sachsen gang und gäbe ist. Es ging um die Ehescheidung Käßmann, aber es ging nachher auch um Vermutungen, die nach unserer Meinung nicht haltbar waren. Und es ging um auch massive Kritik an den verfassungsgemäßen Organen der Hannoverschen Landeskirche. Die Doktor Führer